Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Call of Duty Black Ops 2. Ja, hier mit dem Motion und mit mir, dem Homer. Sag hallo du Spaß. Ey yo. Und wir machen eine Runde nur Ballista und nur... Gegen meinen Willen? Mit Heartscore oder ohne? Gegen meinen Willen? Mit. Ohne. Mit. Okay, ohne. Okay, dann starten wir mal. Gegen meinen Willen. Könnte lustig werden. Nein, das kann nicht lustig werden. Könnte lustig werden. Nein. Ich hab schon lange nicht mehr gesteckt. Ich auch nicht. Mit der Ballista. Oh ja, mit der Ballista. Analrattenclan gegeneinander hier. Ja, Aronal. Analratten. Immer schön putzen, Jungs und Mails. Das Aiming ist doch sehr. Wie ich es in diesem Spiel nicht kann, ne? Ich auch nicht. Guck's dir an, ey. Aber das ist Close Range, das ist Close Range. Gleich geht's vielleicht besser. Ja. Ja, du bist so... Ich kann es in Black Ops 2 einfach nicht, Leute. Verzeiht es mir. Und ich muss leider aufnehmen, weil... ...die Festplatte von diesem Mongo voll ist. Alter, 0-3. Ich raste nicht. Gleich mal 0-13 draus. Ey, das darf nicht wahr sein. Ich kann es nicht mehr in Black Ops. Ich konnte es noch nie richtig in Black Ops. Ich aber auch nicht. Ja, ja. Auf jeden Fall Public nicht. Alter, ne, ich raste gleich. Und das möchtest du nicht erleben. Wo ist er? Ich hab'n Kill gemacht! Scheiße, jetzt kannst du noch ein 2-1 werden, sagst du. Jo, so sieht's aus. 2-2. Oh, what the fuck? Okay, das war echt ein bisschen lang. Ich hasse dich. Es ist scheiße, das auf den Mord zu kriegen. Das weißt du. Der Close Ranch ist doch scheiße, ne? Du bist sche... Scherz! Ich will dicken Wallbang. Das kriegst du nicht hin. Ne, das kriegst du nicht hin. Doch, ich hab's hinbekommen. Boah, ich hasse dich so, ne? Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Jetzt spottet ihr direkt hier. Oh, Mann! Deswegen wollte ich MB2, du... ...fickes Gesicht. Ach, deswegen? Ja, gut. Alter, 2-9. Das ist so peinlich, ne? Das ist einfach nur peinlich. Ach, was. Du rennst immer dann weg? Ich weiß. Ich hasse dich. Wow. Oh. Oh. Go the fuck on, Homer. Alter, ich hasse dich. Ich glaub, das hab ich jetzt schon 10 Mal gesagt, aber... Aber ich muss sagen, dass der eigentlich gar nicht mal so drauf war. Nein! 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 Hitler! Find's lustig, ne? Ich fand's lustig, als ich dich geneift habe eben. Ja. Na, Jungs und Merz, guckt Folge 1. Du seht ihr mal, wie ich abgehen kann. Mit dem Niles. Spasti. Ja, ich fühl mich cool. Yes, motion. Ja. Das wird sein. Das ist mir nicht getroffen. Alter, du bist... So ein Mongo. Oh, jetzt holst du auf. Jetzt wird er übermütig. Ja. Fuck, jetzt werde ich wirklich übermütig. Shit. Das sollte ich mal die Sieber... Mal Sieber allein lassen. Was? Schwachfehler. Ja. Was? Das ist ja jetzt... Blödsinn. Ja, das ist ja jetzt nicht wahr. Also, das kann's nicht sein eigentlich. Nee. Na. Ja, du bist nur am heißen, ne? Ja. So schaut's aus. Wenn du einen Nosekopf machst, dann reiß ich dir die Eier ab. Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ja, das weiß ich. Deswegen habe ich's ja gesagt. Alter, du bist so ein Spasti. Sponsor von der Seite, bist du? Boah, Alter, ich raste irgendwann. Wie direkt weißt du, dass ich hierher komme? Ich hab dich gesehen. Alter. Alter. Okay, das war ein Harbskopf, sorry. Alter, das ist peinlich. Das ist echt schlimm. Die Taktik, wenn das zwei Leute benutzen, ist echt komisch. Das ist nicht zu fassen, du Mongo-Kid, ey. Ohne Witz. Ohne Schlips. Hitler! Goebbels, Göring, keine Ahnung. Ich muss sagen, jetzt kenne ich die Spons für dich gut. Ach, du bist ein dummer Spasti. Ja, ich bin ein Schwäzer. Jetzt werde ich hier von dem abgezogen, ey. Das ist doch gar nicht wahr. What the fuck? What the fuck? Ich hab's ein Faggot. Wenn du das sagst, musst du stimmen. Oh, God. Das tut gut. Weißt du, wie gut das tut? Ja. Dreierkirr ist wirklich schnell. Weißt du? Alter, er killt mich durch den LKW durch. Ich weiß zwar nicht, wo du bist. Weißt du es jetzt? Oh, Gott. Oh. Oh, go on, Omar. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Das war gut gedacht. Aber leider die Ausführung war nicht so teuer. Weil du jetzt stirbst. Was tue ich? Ja, jetzt sind die ganzen Close-Range-Noscopes. Oh, Gott. Hab ich mich gerade erschreckt. Oh, Alter, das geht gar nicht. Er hofft mich zum Lachen zu bringen, du Lapp, ey. Dann kann ich's nicht. Oh, is that funny. Oh. Oh, Feeding. Feeding. Jetzt dreht er auf. Ja, übelst. Ja, übelst. Weißt du? Ja, ich war Lucky Luke. Du bist immer Lucky Luke, das ist das Problem. Naja, das ist nicht bei uns. Das war unter. Das war unter so. Okay, das war jetzt extra. Weißt du, ich musste gerade den Bolt-Action-Verschluss zurückziehen. Ja, weißt du, was du noch zurückziehen musst? Die vor. Du musst nicht lachen, du Manker. Ist ja eigentlich gar nicht, was du so zurückzählst. Okay, das war gut, muss ich sagen. Danke. Alter, das kann mir überraschen. Äh, wie der drauf war? Ja, bei mir auch. Ja, sicher, du Mongo-Kid. Kannst du mal aufhören, mich da andauern so zu nennen? Das ist mir krank, ey. Mach dich das kaputt, Seelash. Alter, wo bist du? Kamst du bei mir am Spawn rum? Ja, ja. Nee, das habe ich nicht. Nö, nö. Ich bin auch schon wieder so am Stucken, ey. Oh, jetzt rennt er direkt ins Haus. Oh, ich will Trickshotten. Oh, ja. Du sollst es mit den Zustauern spannend machen, ja? Die wollen einfach so ein krasses Ende haben, ja? Und nicht so ein Lappenende, wie bei dir. Ich habe kein Lappenende. Oh, da. Jetzt versteckt er sich. Denkst du, ich folg dir? Ja, da hast du sogar. Oh, gosh. Goddammit. That wallbang was a fail. Du bist ein lebender fail. Das ist ein Problem. Ja. Alter, weißt du die... Das war mega krass. Komm, die Zuschauer wollen hier ein ernstes Ende haben. Wollen sie das? Nicht so frisch... Gott. Ja, okay. Frisch Fleisch, habe ich gesagt. Schau mal, wollt ihr das? Wollt ihr das? Wenn ich jetzt noch bei dir, dann reiße ich mir eigenhändig die Eier ab. Okay. Das hast du... Jetzt hast du es gesagt. Jetzt hast du es ernsthaft gesagt. Aber das ist ja nicht so. Ach, das wäre zu schön gewesen, Jungs und Mädels. Ja, GG, ne? Und so. 1-1. Wie der mich am Anfang abgezogen hat. Das geht gar nicht. Guckt euch MV2 Battle an. Die werden dann kommen, ne? Ne? Ja, F habt schon wieder. Also haut rein, Leute. Tschö.